Hörkomfort ist ein innovatives, engagiertes und inhabergeführtes Hörakustikunternehmen mit Sitz in Ammersbeek. Bereits seit 2011 gehen die Hörakustikmeister Alexander Preuß und Andrzej Didula freundlich und einfühlsam auf die Wünsche ihrer Kunden ein und beraten sie umfassend. Die beiden Hörakustikmeister bringen zusammen über 50 Jahre Berufserfahrung ein und versorgen sie mit neuestem Hörsystem aller Markenhersteller, wobei ihr persönlicher Hörkomfort an vorderster Stelle steht. Jede Hörsystemanpassung wird in unseren Hörstudios mit Hilfe der Perzentilanalyse auf ihren Hörverlust präzise eingestellt und programmiert, wodurch eine schnellere Akzeptanz der Hörsysteme erreicht wird. Die lasergefertigten Ohrpassstücke garantieren zudem den höchsten Tragekomfort, Hygiene und die optimale Ankopplung ihrer Hörsysteme. Sollten sie verhindert sein, kommen die Hörkomfort Hörakustikmeister mit dem Mobile Hörstudio bei Ihnen vorbei und führen die gesamte Anpassung inklusiv Perzentilanalyse bei Ihnen vor Ort durch. Rufen Sie uns an oder schauen Sie persönlich bei Ihr Hörkomfort vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Schreiben Sie mit uns Ihre persönliche Hörkomfortgeschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017